Hallo, wir spielen heute wieder Anno 1701. Und ja, letzte Folge lief nicht alles so geplant. Eigentlich wollte ich jetzt noch Kriegsschiffe bauen und alles, hat aber alles noch nicht hingehauen. Naja. Auf jeden Fall brauche ich jetzt mehr Geld, deswegen mache ich die jetzt hier mal auf grün und die mache ich wieder auf gelb. So, dann gibt es auf jeden Fall erstmal schön Kohle. Oh, das ist schon wieder so ein scheiß Pirat da, das kann echt nicht sein. Oh, Mann. Äh, Bansi treibt gut ja jetzt nicht. Alter. Ich brauche jetzt echt Kriegsschiffe, die hier mal die Leute verteidigen. Ich brauche jetzt aber noch hier ein bisschen Stoff, weil der Stoff ist hier nämlich auf, der ist gerade mal, ich sage jetzt mal Mittelwert, es geht nicht hoch und nicht runter und es soll immer hoch gehen. So, der kommt auch hoch. Also, die Produktion haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch das und das. Na toll, Stoff geht auch runter. Mal überlegen. Also, da können wir eigentlich, so viel können wir da jetzt eigentlich gar nicht mehr machen. Ich würde das jetzt mal so laufen lassen und vielleicht steigt das doch noch gleich. Aber, was ist jetzt, was ist los? Oh, schon auf dieses Gebäude, es ist erschöpft, in Rube. Ist nichts mehr drin, okay. Dann würde ich hier mal weiter forschen. Oh, scheiße. Weil, wenn wir, ich zeige es jetzt mal, das da erforscht haben, können wir hier, weil da ist so eine Unendlichschleife, kann man hier das aufrüsten und dann macht das unendlich viel Leben, sozusagen. Ich brauche jetzt aber was ganz anderes und zwar brauche ich Nahrung. Und Nahrung können wir jetzt eigentlich auch schon trotzdem dann meinetwegen mal anfangen. So ein Kriegsschiff können wir jetzt eigentlich schon mal bauen. Das mache ich jetzt auch mal. Zack. Das Kriegsschiff haben wir und das eskortiert dann jetzt das. Das fährt dann da immer mit. So, und ich weiß jetzt nicht, können wir noch eins bauen? Nein. Können wir nicht. Vielleicht, vielleicht sollten wir jetzt bald mal dem Hendrixen einen Besuch abstatten, weil ich habe die Erfahrung damit gemacht, dass, wenn man so einen Krieg ganz gut führt und jetzt, ich sage jetzt mal, sowas hier einnimmt, kann man da ganz viel Geld mitmachen beziehungsweise kann dann ganz viele Rohstoffe da mitkriegen. Aber wir haben überhaupt kein Geld, deswegen können wir auch gar keinen Krieg führen. Weil für den Krieg braucht man eigentlich schon relativ viel Geld. Ja. Dann dürfte das auch schon mal funktionieren? Oh Mann, ey. Hat denn hier keiner Zeit eine kleine Aufgabe zu erledigen? Ernsthaft? Mann. Ja, okay. Auftrag verkackt. Dann gehe ich jetzt hier nochmal hin und gucke mal, dass ich hier dieses eine Schiff auch noch patrouillieren kann. hier muss es doch irgendwo sein. Ich habe alles erledigt, also will ich euch nicht länger behalten. Das ist sehr gut. Der kleine Hendrickson. So, wo ist denn jetzt das Schiff? Ist da. Hier. Einmal eskortieren. So, und ich gucke mal. Kann ich? Ich würde gern ein bisschen Geld haben. Äh. Hallo? Oh, okay. Jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch diese Pralinen, damit wir aufsteigen können. Deswegen bauen wir jetzt schon mal ein paar von diesen nach oben nicht. Den an. So. Sehr schön. So. Okay. Dann könnten wir hier jetzt auch schon mal ich sag jetzt mal zwei von denen machen. Aber die machen wir erst dann mal kurz auf Pause, weil die haben ja noch keine Schokolade. So, und der hier diskutiert jetzt den und der braucht dann das nicht mehr machen. So. Okay. So, wie sieht's jetzt nochmal aus? Ja, Stoffe halt. Erforschung eines neuen Gebäudes ab. Aha. So. Und jetzt, da wir das erforscht haben, könnte man hier jetzt das machen, wenn wir genug Holz hätten. Und dann könnte man da und endlich von diesen Ziegeln herstellen. So. jetzt bräuchten wir da nämlich die Schokoladen noch und dann sind wir da eigentlich auch schon ready. So. Die können wir dann schon mal abreißen. so, und die ist auch gleich fertig und dann lassen wir eigentlich nur noch die beiden hier das zu Ende produzieren und dann bauen wir da eine neue Mine. So, aber im Moment schaut's da eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal mit den Steuern ziemlich hoch. Dann machen wir nochmal ein bisschen Kohle für den Moment. So, und jetzt holen wir uns hier schnell die ganzen Sachen. Und dann bauen wir hier schön Schokolade an. Dann hätten wir hier Schokolade. Na, eigentlich hätten wir jetzt nicht den Entdecker hier. Der kann eigentlich wieder zurückfahren. Den bauen wir jetzt noch nicht mehr. So, und dann sagen wir mal in der Handelsroute. Welche waren das? Die hier. Ausladen, Schokolade und da einladen. So. Genau. Dann hätten wir das und dann könnten die jetzt eigentlich auch mal arbeiten. Hier, wenn das Schiff mal zurückkommen würde. dann könnten wir das hier aufrüsten. Zack. Genau, dann hat es hier so einen Kran und jetzt ist da unendlich viel Lehm. Wenn man jetzt hier sieht, ist es so eine unendlich Schreife. Man hat davon nun endlich viel. So. Der hier ist auch weg. Der kann das auch nicht mehr machen. so. Okay, jetzt mangelt es wieder an Alkohol. Aber ich glaube, das könnten wir in der nächsten Folge machen. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.